Ich bin wieder da! Hallo! Wir müssen jetzt die schlechteste Antwort auswählen. Der Penis ist tot. Oh, lasse! Ja, das soll die schlimmste Antwort sein! Das hat mir keine, keine, das ist die schlechteste Antwort sein! Wenn keiner das Geld nimmt, stirbt keiner. Wenn du das Geld nimmst, dann stirbt jeder, der kein Geld genommen hat. Und wenn alle Geld nehmen, dann sterben alle. Ich weiß es nicht! Ja, entscheide was! Seid jetzt alle nicht so kapitalistisch! Robby! Robby! Aber was mich am meisten verletzt, ist, dass dieser Torbjörn denkt, er kann es besser als ich. Wo ich extra Torbjörn aufgegeben habe, weil ich dachte, der bringt uns in der Konstellation nichts. Und dann pickt er den. Weißt du, warum wir nicht dabei sind? Da gibt es eine ganz einfache Erklärung, weil wir den Special-Play bekommen haben und es hat Blizzard noch nicht entwickelt. Achso! So! Nein! Oh! Bye-bye! Ich bin doch nicht so erschrocken! Zu spät! Und nochmal! Ich habe viel zu viel Spaß daran! Gut, dass die nicht sterben können! Nein! Oh Gott, nein! Leuchte! Die Maus ist mir in den Kaffee gefallen! Das bedeutet, sie wird gleich mega aufgeweicht sein. Ich muss die jetzt da rausfüßen und ich habe hier nichts außer meine Finger. Und der Kaffee ist heiß! Das ist ein Abenteuer! Ich bin so blöd! Ich könnte aufstehen und mir eine Gabel holen! Aber warum? Das ist viel zu einfach! Komm, Maus! Komm! Sie ist schon ganz schwabbelig! Yay! Yay! Oh! Okay, das ist jetzt ein bisschen scheiße! Wir haben die selbe Karte! Wir haben die selbe Karte! Offensiv und Defensiv! Ja, genau! Wir haben beide 35% Killer, deswegen gebe ich mir jetzt einen Punkt! Oh, bin ich lecker! Ich bin so ein leckerer junger Mann! Kommen Sie doch mal! Ne, kommen Sie mal näher! Oh Gott! Stopp! Ne, nicht so nah! Ach, verdammt! Ich möchte sofort ein Menschen sein! Ich möchte sofort dort mit Ihnen tanzen! Möchte mich drehen und Ihnen die das? Ah! Geh! Flossen die Tage nicht allzu weit! Denn man braucht Beine zum Springen! Tanzen und zu spazieren und zu! Wie heißt das das Wort? Stehen! Dort ist man frei! Dort ist man froh! Dort scheint das Licht der Mond! Dort lebt man anders als hier! Da war die Welt noch neu! Und unter Erde ging es nicht los! Denn die Titanen hatte eine blinde kalte Wut! Das war ja ekelhaft! Der ganze Dreck war echt ein Problem! Es hat gewebt, geschüttet, ja das Chaos war extrem! Oh, sag's die Schwester! Dann kam der große Zeug! Mit einem Blitz allein! Ein Knall! Ein Knall! Ein Knall! Ein Knall! Total und alles Böse bis dabei ins Gras!